Kreaturen, die mir hier Gesellschaft leisten wollen Harpien! Nicht schlimm genug, dass ihr in Dragonstalk mal so nervt Oh, warte, warte Wir machen Maximum Was tobende Furien? Mit Kreis, allein so ein Kreis Hermes Hast! So, wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? 11.000 Unzen Das kriegen wir schnell Und dann kriegen wir die Tartarus Rage Das ist ja mal ne geile Attacke Haha! Ich bin ein Ninja! Ich bin ein Ninja! Ich bin ein Ninja! Fuckin Ninja! Fuckin Ninja! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Nyea! Nyea! Can't touch it? Nye nene! Nene! Ey, jetzt reicht's! Wirklich, hab ich gesagt Guck mal hier! Wir haben... Oh! Ich sollte vielleicht ein bisschen häufiger mal attacken... Konter! Brrrrm! Brrrrm! Haha! Ha ha ha! Ich mach Metsu die Schnetzel auf euch! Au! Heilige Scheiße! Och! Hab ich dich auseinandergegriffen! Das ist schon eine geile Attacke! Aber ich bin irgendwie... Zu unfähig heute zu... Sag mal! Zu kontern! Huh! Das hat echt Laune gemacht! Wir haben schon 2000 Orbs wieder dazu bekommen! Dann hol ich mir gleich den nächsten und dann rüsten wir schon wieder auf! Die schmeißen einem hier aber die Orbs auch gut hinterher! Das muss man schon mal sagen! Mein Lieber! Haha! Gerade doch so am Abdrücken! Der musste raus, ne! Das ist schon ziemlich, ziemlich geil! Und wir haben nur noch 8000! Was heißt nur noch aber so schnell wie das hier geht, ey! Vor noch nicht mal 5 Minuten waren es noch 11.000! Noch eine Waffe! Ah! Du machst so viel Porzellan kaputt! Du bist der Spartane im Porzellan-Laden! Ist ja lustig, gell! Der Geekl dreht sich auch schon am Boden rum! Ha! Guten Tag! Ich bin der Geekl! Jetzt gibt es noch den Herbert! Ah cool! Wir haben den nächsten Phönix wiederbekommen! Vielleicht habe ich es doch nicht verhunzt! Weil eigentlich war ich die ganze Zeit dabei alles abzusuchen! Wo geht's welche zu jammen? Wo geht's welche zu bekommen? Wir sind jetzt ziemlich weit! Oben und ich zieh! Und wieder erklang die Melodie! Und sie erschien Kratos beinahe vertraut! Ich wollte schon sagen... Wir sind wieder mal! Am Kloppe! Ah! Das sind diese Rüstungs-Heinis! Vier-Eck! Vier-Eck! Dreieck! Jetzt reicht's aber! So! Erstmal mache ich den hier kaputt! Ich freu mich um euch aneinander! Hey! Ihr wollt das eigentlich zurückwerfen! Komm! Das machen wir jetzt mal! Fang das! Fang das! Fang das! Fang das! Haha! Mal gucken wer... Und du auch nochmal? Komm! Mach es halt so! Ich kann euch auch brutzeln! Hey! Ich kann das auch aus der Luft! Das ist ja geil! So! Es sieht aus als ob ich hier... Rätsel-Action gleich wieder vor mir habe! Oder? Es hat irgendwas mit diesen Kammern auf sich! Ich muss wahrscheinlich wieder Sonnenlicht auch laden! Und sowas! Ich will erstmal gucken ob hier nicht irgendwo auch noch eine Kiste ist! Ein volles Inferno! Burn you Inferno! Ein Tag und Auge! Was ist meine Energie auf Maximum? Dann bin ich groß! Dann haue ich den Turbogang rein! So ein Mist! Okay! Irgendwas passiert wenn man diese Dinge eindrückt! Ah! Dahinten ist alles noch! Eine andere Kiste! Ein bisschen vermisse ich dieses Reparatur... Äh... Amulett! Und... Nein! Nicht das Reparatur-Amulett! Das Verdopplungs-Amulett aus das Handy! Das war eine geile Feature! Das muss ich machen! Achso! Ich muss ja erstmal hier... Interagieren! Scheineleid! Was haben wir jetzt... ...gemacht? Ha! Ich mache... Lichtlaser! Geile Sache! Jetzt darf ich... ...die Statuen erstmal alle einzeln da rausholen... Ich habe nur die Befürchtung... ...ich soll die drehen oder? Ah! Wir werden es testen... ...ob ich sie drehen soll oder nicht! Vielleicht auch nicht! Ich hole sie erstmal raus! Drehen wir den nächsten! Ah wie? Ich darf gar nicht weiter ziehen! Das ist dann interessant! Wie komme ich dann an die andere dran? Ah ja! Die ist anders ausgerechnet! Wenn ich jetzt hier drauf stehe... ...kommt da auch einer... ...kommt da auch was auf! Okay! Das wird ein interessantes Rätsel! Definitiv! Die leiten vielleicht... ...das Licht so weiter! Warte mal! So ist es doch einfacher! Ich stelle die jetzt mal hier hin! Ich gucke mal, ob die nicht das Licht... ...zu diesem Turm da weiterleitet! Genau! Damit geht die da auf! Alles klar! Hät mit! Das ist nur die Frage, ob ich sie dann auch anders irgendwie ausrichten muss! Zieh halt mal! So! Für den Fall, dass wir hier so Lichtreflex spielreich machen! Ich war zu faul, das komplett rüber zu schieben! Deswegen... ...haben wir mal einen Spader Kick verpasst! Hahaha! So! Jetzt wollen wir erstmal sehen, was es dann gibt! In welchen Winkel diese Statue hat! So, die hat auch vorwärts! Okay! Wir bringen die jetzt erstmal da rüber auf den anderen Sockel! Und dann testen wir mal was! Je nachdem wie ich die schieben soll! Me! Als naust du mit Kratos! Könnte nämlich rein theoretisch sein! Ich habe eine kleine Vermutung! Wie die wollen, dass ich das... ...beleite! Und baue! Aber vielleicht reicht es auch, wenn die nur die Druckplatten alle einfach... Ah! Das sieht eigentlich... Ha! Jetzt wird es... Jetzt wird es interessant! Also erstmal... ...die Mitte! Okay! Die strahlen da drauf! Jetzt vermute ich einfach mal... Wir tauschen erstmal schnell aus! Ich weiß, das Ding fährt zwar jetzt gerade wieder runter, aber ist egal! Also ich brauche erstmal die zwei, die gerade ausgerichtet sind! Weil dann reflektiert das Licht prall von denen ab und fliegt gegen die! Die Frage ist nur... Wie rum... ...sollen die zwei stehen? Ich vermute jetzt! Einfach mal! Die sollen sich gegenseitig anleuchten! Könnte aber auch... ...falsch liegen! Jetzt müssen wir jetzt erstmal experimentieren! Es dauert zwar jetzt ein bisschen bis gerade, dass das alles... ...hin und her geschoben hat, aber besser als gar nichts gehen! Na, das steht doch schon gut! Brauche ich ja nicht so viel Schiebe-Action machen, wenn jetzt noch was falsch ist! Der Kerl ist wenig, ey! Der hat... Der hat ne Kraft, ne? Der hat so viel Kraft! Der hat morgen extra Brokkoli gefuttert! Jeden Tag eine Packung Spinat! Hahaha! Hier ist halt nur die Frage, was bringt mir das geballte Licht? So, das werden wir herausfinden! Vielleicht wollen sie aber auch, dass ich da irgendwo hinleuchte, wo die... ...kleine Quelle herkommt, ob ich ganz richtig denke! Ich muss mal schauen, ob ich dieses Rost nicht auch bewegen kann! Nothoster Südwind! Hier ruht der Geist von Nothoster Südwind, der den Weg des... ...Sonnenwagens schlüpft! Okay! So geht es! So! In der Mitte hat sich jetzt auch was entwickelt! Na gut, wir testen! Passiert was? Tatsächlich! Ach, dann soll ich auch noch interagieren! Na komm schon! Lad es auf! So! War das ausreichend? Ja, das war ausreichend! Geile Sache, dieses Lichterrätsel! Das ist eigentlich... ...leicht ein Lichter-Show, gell! Hohoho! Ist das geil, oder? Ist das geil! Genk, hab ich schon wieder nur Mist! Den ganzen Tag! Heilige Flammensäule! Ach du, heilige Flammensäule, Batman! Hahaha! Aha! Ich verstehe! Wir müssen alle drei erleuchten! Das war so erst Rätsel Nummer zwei! Jetzt fehlt noch eine dritte! Okay! Okay! Das ist wieder eingefahren! Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich weiter, ne? Das ist jetzt interessant! Soll ich erst damit nochmal interagieren? Wir testen's mal! Aha! Wir fahren wieder runter! Wiii! Das macht Spaß! Wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkeln! Kapiert! Ich haue heute nur so blöde Wortwitze raus! Das gibt's doch gar nicht! Das ist doch... Da dies da nicht mehr zum Aushalten gehen könnte! Ich kann deine Videos nicht mehr gucken! Denkt sich der eine oder andere Zuschauer... Hey geil! Ich hab' nen Lichtring! Scheineleid! Wir gehen mal hier lang! Erstmal erforschen! Ah, da gibt's doch wieder Truhen und Sachen zum kapotthauen! Ich bin wieder wütig hier! Ein oder zwei, der Phönix wieder! Hab' ich jetzt nen Kokona-Aufwürfung? Dieses Spiel trollt mich doch öfter mal hier gerade, ne? Was ist das hier drüben? Achischt und noch achischt! Mach' zwei achischt! Dies ist ja Gaudi ist das, gell? Dies ist ja Mords-Gaudi? Ja, dies ist ja Mords-Gaudi ist das! Jetzt gibt's... Ah! Kaputt machen! Ich muss schon mal zurückgehen und gucken, ob ich da auch noch einen Wasser zum kaputt machen... Weil wenn ich Orbs sammeln kann... Ja... Dann mach' ich das doch! Hier war keiner! Weil ich spür so ein Widerstand aber da... So! Gibt's hier auch noch einen Weg? Nee! Dann gehen wir jetzt hier lang! Weil hier geht's offensichtlich weiter! Mitnehmen! Und ab durch die Mitte! Bitte! Oder so! Oh! Oh! Hallo! Ich wollte mal Hallo sagen! Warum auch immer! Aber es macht Spaß! Okay! Wir haben wieder ein bisschen Orbs-Kiste zum Öffnen! Und hier ist noch ein bisschen was zum Zerstören! Das ist ja Schäge! Ich geh'n... Das ist ein Mords-Gaudi ist das von Schäge! Wieder... Wieder Nachladung, ey! Stresst mich aufs Slot-Wildschirm! Ich weiß jetzt gar nicht... Hat' ich nicht eigentlich schon voll Energie? Ja, egal! Ach guck' mal! Die haben wieder die Treppe für mich da! Bin ich hier... Komm' ich jetzt nicht auf der anderen Seite raus? Das sieht schon... Das hat einen Moment, das... Ach so! Ach so! Das hat jemand kaputt gemacht! Die sind so wild! Die sind so aggressiv! Immer so... Immer so aggressiv! Das kann... So kann ich nicht arbeiten! Bitte! Okay... Okay... Bevor ich mich mit dieser Schattel befasse... Schau ich noch nochmal... Aber was haben wir denn hier Feindes? Hier ist gar nichts! Emre! Und mir Eisdee! Ne, da war... Da war noch was! Oder nicht? Ja, aber nein! Aber ja, aber nein! Da ist nix! Sache ist halt nützen! Die! Funktioniert diese... Statue... Auch ohne? Mensch, monsens! Hm, so halt! Ich muss jetzt mal da hochklässern! Vielleicht haben wir hier oben einen Ersatz mitgekloppen können! Hey, warum gehst du wieder runter? Warum gehst du wieder runter? Was war das denn denn für ein Glitch? Zephyros! Der Westwind! Hier ruht der Geist von Zephyros! Dem Westwind, der dem Vater des Sonnenwagens folgt! Gut... Ich muss also jetzt irgendwie... Mittel und Wege finden! Wo geht diese Statue? Aha! Ich hab nur mal zum Spaß rumkloppen wollen! Aber dass ich selber jetzt hier... Licht... ...spenden darf wieder... Ja, auf welche da nicht gekommen! Alle Babsack! Und nur was los! Hat sich schon was getan? Ja! Ja! Ich hab die Elektrostatel aufgewandt! Ich hab die Elektrostatel aufgewandt! Hallo! Da kommen wir wieder! Da sind wir wieder, ne? Ist alles kaputt gemacht, ey! Wer bezahlt denn das? Wie erklärst du das deiner Versicherung? Mein Sonnenwagen ist abgestürzt und ich muss jetzt Reparaturschäden bezahlen! Haha! Ähm... Ja... Achso, hier komm ich weiter! Ah, ich soll da runter! Ich sehe, ich sehe, ich sehe!